In Computernetzwerken begegnen Ihnen eine ganze Menge Begriffe. WLAN-Router, Hub, Switch, Proxy, Repeater. Mein Gott, was ist das alles? Einem Einsteiger in diesem Bereich wird sicherlich irgendwann der Kopf schwirren. Aber das ist eigentlich gar nicht so sonderlich schwierig, wenn man ungefähr weiß, was sich hinter diesen Begriffen an Gerätetechnik versteckt. In diesem Film möchte ich mit Ihnen deshalb einen Blick auf diese Begriffswelt werfen und ein klein wenig sortieren, was ich darunter zu verstehen habe. Dann wird das auch für Sie sehr, sehr einfach werden. Schauen wir uns mal Hub oder Switch an. Was ist das? Letzten Endmüß kann man das ganz schnell zusammenfassen. Ein Hub oder ein Switch ist nichts anderes als ein Netzwerkknoten. Ich habe das hier mal stilisiert dargestellt. Vier Rechner über Kabel mit diesem Hub oder Switch verbunden. Und diese Einheit sorgt einfach dafür, dass ich hier genügend Anschlüsse habe, um meine Netzwerkkabel hier anzuschließen und dass die Netzwerkrechner untereinander kommunizieren können. Bei einem Hub, das ist schlicht und ergreifend eine einfache, unintelligente Verteilerstelle, wenn hier ein Rechner anfängt Daten zu senden, die laufen dann hier auf den Hub und werden einfach an alle vier weiteren Rechner verteilt. Das heißt, jeder Rechner hier bekommt den ganzen Datenverkehr mit. Und wenn dieser Rechner mit dem letzten Rechner kommunizieren möchte, dann werden die Daten zwar hier ausgetauscht, aber auch die hier werden damit konfrontiert. Hallo Rechner 1, ich möchte mit Rechner 4 Daten austauschen. Die Rechner hier müssen das anschließend ignorieren. Sie können sich aber vorstellen, wenn man hier mehr Rechner hat, ist es irgendwie ungünstig, dass wenn ein Rechner versucht, irgendeinen anderen Rechner im Netzwerk zu erreichen, dass alle anderen Rechner diesen Datenverkehr mitbekommen. Das bremst letzten Endes die Netzwerkleistung aus. Deshalb greift man eher zu einem Switch. Das ist eine intelligente Komponente, die einen Netzwerkknoten bereitstellt. Der Switch erkennt, okay, hier habe ich Rechner 1, der möchte hier mit Rechner 3 kommunizieren. Dann nimmt er hier über dieses Kabel die Datenpakete an und weiß, okay, auf diesem Ausgang ist irgendwo der Rechner 3 und spiegelt die Datenpakete nur auf diesen Rechner 3. Das heißt, es sind immer nur diese beiden Rechner über den Switch kommunikativ miteinander in Verbindung. Die beiden anderen Rechner konnten zum Beispiel auch Daten austauschen. Das führt dann dazu, dass der Datenverkehr hier auf diesen einzelnen Leitungen ziemlich entkoppelt wird. Das heißt, in der Praxis, ein Hub wird eigentlich heutzutage gar nicht mehr als passive Koppelkomponente eingesetzt, sondern wenn, dann greift man zu einem Switch. War doch gar nicht so schwer. Schauen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz an, wie solche Geräte vielleicht in der Praxis aussehen. Ich mache es mir hier mal ein bisschen einfach. Ich habe einfach die Seite von Amazon aufgerufen. Die bieten natürlich auch Netzwerkkomponenten an. Ist einfach nur ein Beispiel. Ich möchte nicht sagen, dass der Anbieter besonders gut ist. Aber ich kriege hier einfach die entsprechenden Geräte. Hier habe ich sowas, was ich als Hub kategorisieren würde. Die sprechen hier von einem Anschlussverdoppler. Ich habe hier einen Netzwerkstecker und hier einfach zwei Ausgänge. Und dieser Ausgang hier wird einfach für zwei Netzwerksegmente aufgesplittet. Wird eigentlich so gut wie nicht eingesetzt. Interessanter sind hier oben die Switches. Sie sehen, hier habe ich verschiedene Anbieter von Switches. Und die haben entweder hier fünf Ports oder acht Ports. Ports heißt Ausgänge. Hier sehen Sie schon, hier habe ich einfach meine fünf Netzwerkausgänge, Netzwerkbuchsen. Da kann ich jedes Mal einen Rechner mit einem Netzwerkkabel anschließen. Und hier wird mir noch eventuell gesagt, welche Geschwindigkeiten dieser Switch unterstützt. Also hier kann er diesen uralten 10 Megabit und den Fast Ethernet-Netzwerkstandard. Man kann natürlich auch einen schnelleren Switch nehmen. Also hier den Gigabit-Switch, der also im Prinzip acht Ausgänge für Gigabit-Line verwendet. Also hinter einem Switch versteckt sich nicht allzu viel. Das ist letzten Endes ein Kuppelelement mit x Ausgängen. Und wenn Sie irgendwann feststellen, Sie haben halt mehr Rechner als diese Ausgänge, die bereitgestellt werden, dann kaufen Sie sich halt nochmal einen Switch und kaskadieren die hier, dass Sie einfach diesen Ausgang auf den Eingang des nächsten Switches hängen und haben dann halt wieder entsprechend n Ausgänge. Jetzt kommen wir zum nächsten Begriff und zwar Router oder manchmal mit dem Vorspann WLAN-Router. Ja, WLAN ist schon relativ einfach. Wireless LAN, das heißt es ist ein Funknetzwerk. Und ein WLAN-Router stellt mir letzten Endes auch eine Funkschnittstelle, also ein WLAN zur Verfügung. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Begriff Router zu verstehen. Router ist nichts anderes als auch ein Koppel-Element. Das haben wir bei Hub oder Switch kennengelernt. Der Router stellt einfach diesen Rechnern hier auch wieder eine Koppelschnittstelle zur Verfügung. Das kann entweder kabelgebunden sein oder wenn ich einen WLAN-Router habe, dann kann das auch eine Funkstrecke sein. Die Besonderheit bei dem Router ist, dieser Router kann eine Verbindung zu einem weiteren Netzwerksegment herstellen. Sie können sich vorstellen, Sie haben vielleicht in einer kleineren Firma mehrere Netzwerke. Hier irgendwo Einkauf. Hier meinetwegen die Produktion. Und damit die untereinander irgendwo Daten austauschen, kommt der Router ins Spiel. Immer wenn dieser Rechner mit diesem Rechner Verbindung aufnehmen will, dann erweist das der Router und leitet die Daten einfach nur hier über diese Verbindung. Also ähnlich wie ein Hub. Wenn aber jetzt dieser Rechner zum Beispiel mit diesem Rechner kommunizieren möchte, dann findet das nicht mehr in diesem Netzwerksegment statt, sondern dann muss ich hier rüber gehen und jetzt weiß der Router, aha, der Rechner hier, der hängt in einem anderen Netzwerk. Das heißt, er nimmt die Datenpakete, leitet die an den nächsten Router weiter und der weiß wieder, gut, dieser Rechner hier ist zum Beispiel gemeint und schickt das Datenpaket hier rüber. Also was man festhalten kann, ein Router ist in der Lage, Datenpakete nicht nur innerhalb eines Netzwerksegments weiterzureichen, sondern er kann auf weitere Netzwerksegmente Datenpakete weiterleiten. Im Privatbereich setzt man solche WLAN-Router zum Beispiel ein, um intern ein Netzwerk aufzubauen aus verschiedenen Rechnern und parallel dazu hängt hier oben meistens ja die Interneteinbindung und der Router kann, wenn dieser Rechner zum Beispiel irgendwas am Internet will, diese Datenpakete hier in das Internet weiterleiten. Das wäre dann auch ein eigenes Netzwerksegment. Also auch beim WLAN-Router steckt nichts Kryptisches dahinter. Das ist eigentlich ganz einfach. Merken Sie sich nur, ein Router ist in der Lage, die Datenpakete zu erkennen und notfalls auch in andere Netzwerkbereiche oder Netzwerksegmente weiterzuleiten. Ja, jetzt haben wir noch zwei Begriffe, von denen Sie einen schon kennen. WLAN-Router habe ich gerade besprochen. Und jetzt kommt der Repeater ins Spiel. Was versteckt sich dahinter? Wenn ich hier ein schematisches Gebäude mal habe, dann kann es passieren, dass mir dieser WLAN-Router hier einfach dieses Gebäude mit meiner WLAN-Verbindung einfach nicht richtig abdecken kann. Also hier in den weißen Bereichen oder hier hätte man jetzt überhaupt WLAN-Empfang. Was man denn machen kann, ist, man kann einen sogenannten Repeater einsetzen. Das ist nichts anderes als eine intelligente Netzwerkkomponente, eine Koppelstation, die einfach die Signale dieses Routers hier empfängt, verstärkt und hier erneut aussendet. Und damit bekomme ich eine bessere Abdeckung der WLAN-Feldstärke hier in meinem Gebäude. Das heißt, ein Repeater ist nichts anderes als ein intelligenter Empfänger, der Netzwerkdatenverkehr von einer Stelle empfängt und einfach in seinem Bereich weiterleitet. Zum Abschluss möchte ich noch zwei weitere Begriffe thematisieren, die Ihnen vielleicht im Netzwerkbereich unterkommen. Das wären Proxy und Gateway. Auch da stellt sich die Frage, was ist das eigentlich? Nehmen wir als erstes mal das Thema Proxy. Ja, Proxy ist letzten Endes aus dem Englischen abgeleitet und heißt so viel wie Stellvertreter. Ich habe hier mal zwei verschiedene Szenarien dargestellt. Wir haben hier einen Rechner, der hängt an einem WLAN-Router, hier jetzt kabelgebunden. Und dieser WLAN-Router stellt eine Verbindung zum Internet her, die über Ihren Provider abgewickelt wird. Und jetzt muss der Provider, wenn jetzt dieser Rechner irgendeine Webseite abrufen möchte, diese Webseite irgendwie besorgen und hier über den Router an den Rechner ausliefern. Wenn man jetzt sehr häufig feststellt, dass bestimmte Webseiten abgerufen werden von vielen Benutzern hier, dann könnte der Provider hingehen und könnte diese Webseiten schlicht und ergreifend lokal speichern. Und immer wenn jetzt dieser Rechner die Seite meinetwegen Spiegel Online oder Video2Brain abruft, dann fragt er die nicht hier von diesen Webservern ab, sondern guckt in seinem eigenen Proxy-Server nach. Ist die Webseite vorhanden und liefert die Webseite statt von diesem Original-Webserver einfach aus seinem Proxy aus, hat für den Provider den Vorteil, dass er nicht so oft im Internet was abrufen muss und schneller hier auf diesen Proxy-Server zugreifen kann. Für den Anwender hat das den angenehmen Vorteil, dass diese Seiten ganz einfach viel schneller im Browser angezeigt werden. Proxy kann aber auch eine andere Funktion noch annehmen, und zwar wenn Sie als Anwender nicht möchten, dass der Betreiber dieser Webseite erfährt, dass Sie diese abrufen. Stichwort ist so ein bisschen Anonymität. Denn kann der Provider Ihnen eine Proxy-Funktion bereitstellen? Das heißt, Sie sagen dem Provider, rufe mir bitte die Seite XY ab. Der Provider geht hin und sagt, Seite XY, bitte liefer mir deine Inhalte aus und meldet sich aber hier nicht als Benutzer an, sondern sagt, ich bin der Provider XY und wenn die betreffende Webseite hier gefunden ist, kommt die hier in den lokalen Proxy-Cache rein und wird von hier ausgelagert. Das heißt, der Webseitenbetreiber hier erfährt gar nicht, welcher Benutzer hier diese Seiten abgerufen hat. Es gibt da spezielle Software dafür, die solche Proxy-Funktionen bereitstellt. Muss Sie im Moment nicht interessieren, was Sie sich nur merken sollten. Ein Proxy ist nichts anderes als ein Stellvertreter, der letzten Endes zwischen Ihrem Rechner und den betreffenden Webseiten sitzt und dafür sorgt, dass diese Webseiten auf Ihrem Rechner bereitgestellt werden. Und jetzt steht eigentlich nur noch der Begriff Gateway aus. Gateway ist relativ schnell abgehandelt, das ist der englische Begriff für Ausfahrt oder Einfahrt, Torweg. Ja, ein Gateway ist nichts anderes als eine Funktion, die verschiedene Rechner-Netzwerke miteinander verbindet, die eventuell unterschiedliche Netzwerkprotokolle verwenden. Hier haben wir im Prinzip auch wieder eine Infrastruktur, wo man einen Gateway einsetzen kann. Wir haben also hier unser lokales Netzwerk. Und der Router fungiert hier in dem Moment als Gateway, weil in dem Moment, wenn dieser Rechner hier irgendwas aus dem Internet haben will, dann setzt der betreffende Router diese Netzwerkdaten so um, dass sie anschließend auch mit dem Internet kompatibel sind und hier weitergereicht werden. Also wir haben hier verschiedene Netzwerksegmente. Hier ist das Internet. Hier ist letzten Endes ein lokales Netzwerk. Hier fahre ich Ethernet und hier kommt vielleicht ein Protokoll Point-to-Point-over-Ethernet, also auch ein Ethernet-Protokoll zum Einsatz. Das brauchen Sie sich eigentlich nicht zu merken, aber hier kommen eventuell etwas andere Kommunikationsprotokolle zum Einsatz. Und das Gateway sorgt einfach dafür, dass das reibungslos hier über die Schnittstelle geht. Ja, und das war es eigentlich schon gewesen. In diesem Film habe ich Ihnen einfach mal eine kleine Übersicht gegeben, was sich hinter solchen Begriffen wie WLAN-Router, Hub, Switch, Repeater und Proxy versteckt. War doch eigentlich gar nicht so schwer, oder? sch Ahmed sait nicht so schwer, oder? adapting ist wie WLAN-Router, Hub, Um Raum gibt sich immer so schwer, oder? Vielen Dank.